Brickberg ist die Erschaffung eines Jungen, der fantastische Modelle baut und eine kleine Schwester hat. Die kleine Schwester findet die Modelle toll, möchte aber gerne mit ihrem Bruder zusammenspielen. Und wie wir das alle von zu Hause kennen, spielen Brüder mit kleinen Schwestern manchmal nicht unbedingt. Und die kleine Schwester erschafft dann eigentlich ihr eigenes Universum, das Sister System. Und das Schwestersystem kommt vom Planeten Duplo. Und der Duplo-Planet, die Invasoren des Duplo-Planeten, legen leider die Heimatstadt von Emmett und Lucy in Schutt und Asche, wie wir so sehen. Es werden mehrere Versuche unternommen, alles wieder schön bunt aufzubauen. Und jedes Mal kommen die Invasoren von Duplo wieder zurück und legen wieder alles in Schutt und Asche. Somit spielt also der Junge irgendwann mit Apokalyptstadt. Sie sehen hier verschiedenste Singerien aus Apokalyptstadt. Und der Einzige, der sich eben dieser Zerstörung, dieser setzt und immer wieder neu aufbaut, ist eben Emmett. Und Emmetts Haus sehen Sie da drüben auf der anderen Seite, das gelbe, schöne, bunte. Und das führt auch dann zum Anfang von dem Lego Movie 2. Da ist dieses schöne, bunte Haus von Emmett aufgebaut. Und dann kommt eben das Raumschiff von Commander Mischmasch, also Sweet Mischmasch, unserer Figur, die Sie gerade draußen gesehen haben. Und zerstört auch dieses Haus wieder. So kommt es wieder also zum Konflikt zwischen den beiden Geschwistern. Es geht natürlich gut aus, kann ich Ihnen sagen. Und die Geschwister einigen sich, dass sie am Ende doch zusammenspielen. Und wir freuen uns Ihnen hier, das originalgetreu nachgebaute Filmset von Apokalyptstadt präsentieren zu können. Denn genau in diesem Modell oder nach diesem Modell wurde dann auch der Film gedreht. Also so könnt ihr euch vorstellen, so sieht plötzlich eine Filmkulisse aus für einen Animationsfilm, den ihr vielleicht im Kino gesehen habt. Falls Sie ihn im Kino verpasst haben, können Sie ihn hier bei uns im Legoland ab dem 6. April zum Saisonstart, werden wir ihn bis zum 5. Juli hier in unseren Lego-Studios zeigen. Der Eintritt ist selbstverständlich im Parkeintritt inbegriffen. Also falls man mal irgendwie ein bisschen kaltes oder schlechteres Wetter erwischt, anderthalb Stunden Kino sind schnell verbracht. Und dann kann man sich hier noch das Filmset anschauen und natürlich dann das Land der Pharaon oder die anderen tollen Neuheiten hier im Park erkunden. Also viel Spaß beim Erkunden der einzelnen Szenerien.